Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder! Ihnen allen wünsche ich aus dem Neukloster ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich stehe vor unserem Krippenaltar mit der wunderbaren Darstellung, ganz einfachen Darstellung von Jesus, Maria und Josef in der Geburtsgrotte von Bethlehem. Freuen wir uns, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat, uns seinen Sohn in die Welt zu senden. Nehmen wir dieses Geschenk der Liebe und des Friedens an und geben wir es weiter zu den Menschen um uns. Weihnachten kann für uns ein neuer Anlass sein, einander Liebe und Frieden zu geben, die oftmals in unserer Welt so schwer zu erringen sind. Aber wir müssen sie ja nicht selbst finden, wir haben sie ja bekommen durch Jesus, der zu uns gekommen ist. Diese Liebe Gottes möge ihr Leben bestimmen, dieses Licht Gottes möge ihr Leben erleuchten. Ich wünsche ihnen das Licht, den Frieden und die Liebe Gottes für ihr Leben, für ihre Familien, für dieses Fest. Alles Gute, Gottes Segen und viel Freude aus dem Neukloster. Happy Christmas, alles Gute, ich wünsche ihnen fröhliche Weihnachten.